In diesem Film lernen Sie die Erweiterung der Suchen- und Ersetzen-Funktion kennen. Ein Klick auf dieses Symbol blendet die nicht druckbaren Zeichen ein. Der bekannteste Vertreter ist die Absatzmarke. Wie jetzt zu erkennen ist, sind die großen Abstände zwischen den einzelnen Absätzen durch jeweils fünf Leerabsätze erzeugt worden. Nehmen wir an, Sie möchten nicht fünf, sondern nur einen Leerabsatz zwischen jedem einzelnen Absatz. In der Logik von Word bedeutet das, dass nach jedem Absatz nur noch zwei statt sechs Absatzmarken aufeinander folgen dürfen. Die erste beendet den Text Absatz und steht hinter dem letzten Buchstaben. Die zweite Absatzmarke entspricht dem Leerabsatz. Würden Sie die unerwünschten Absatzmarken von Hand löschen, hätten Sie die ganze Arbeit. Delegieren Sie diesen Job deshalb lieber an die erweiterte Suchen- und Ersetzen-Funktion von Word. So geht's. Öffnen Sie das Dialogfenster Suchen. Wechseln Sie zur Registerkarte Ersetzen und klicken Sie auf Erweitern. Klicken Sie in das Feld Suchen nach und dann auf Sonderformat. Wählen Sie den obersten Eintrag Absatzmarke. Und wiederholen Sie diesen Vorgang noch zweimal. In das Feld Ersetzen durch fügen Sie zwei Absatzmarken ein. Word wird jetzt drei aufeinanderfolgende Absatzmarken durch zwei ersetzen. Der Trick besteht nun darin, diesen Suchen- und Ersetzen-Vorgang so oft zu wiederholen, bis Word keine drei aufeinanderfolgenden Absatzmarken mehr findet. Wenn Ihnen dieses Verfahren zu umständlich erscheint, rechnen Sie kurz nach. Acht Seiten von Hand korrigieren dauert drei Minuten, wenn Sie flott und fehlerlos arbeiten. Wenn das Dokument statt acht Seiten aber 25, 50 oder 100 Seiten enthält, reden wir bereits über 10, 15 oder 30 Minuten. Und dann sehen Sie wieder um 10 Minuten.